Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und ich darf heute das Gewinnspiel auflösen, das Anna letzte Woche angestoßen hat. Und dieser wunderbare Komplett-Box-Teil voller Ratten geht an Sebi. Meld dich bitte bei uns, damit wir dir deinen Gewinn zuschicken können, weil wir brauchen die Adresse und alles weitere. Und dann viel Spaß damit. Viel Spaß wünsche ich euch auch mit dem folgenden Video ein anderer Blick auf, denn ich bin heute damit beschäftigt, die Dominion-Box-Probe zu spielen mit all meinem fabelhaften Wissen über Age of Sigmar. Deswegen hat Stefan sich freundlicherweise dazu erklärt, ein sehr kontroverses, ein anderer Blick auf aufzunehmen. Und ja, viel Spaß, hört ihm zu und wir sehen uns nächste Woche wieder, beziehungsweise hören uns dann. 1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal in Kooperation mit Kraken-Wall-Games und Games Island. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und heute möchte ich euch, nachdem Julia ja gerade schon gesagt hat, wer Ratajax Doom Coven gewonnen hat, einmal etwas Neues präsentieren vielleicht, nämlich einen anderen Blick in die Welt von Age of Sigmar. Und das liegt vor allem daran, dass jetzt eben gerade die neue Dominion-Box raus ist. Ich verspreche auch, Julia kehrt nächsten Sonntag zurück. Das ist nur ein kleiner Ausflug, aber mir sind ein paar Ideen oder Gedanken zu den Stormcast Eternals gekommen, während ich ja letztlich mich so ein bisschen durch den Dominion-Hintergrund gekämpft habe und auch versucht habe zu verstehen, was die Stormcast Eternals eigentlich ausmacht. Denn ich bin gerade auf der Suche nach einer Age of Sigmar Armee und habe naturgemäß eigentlich bei den Poster Boys angefangen, einfach um mal zu schauen, ob das was ist, was vielleicht was für mich sein könnte. Hat sich herausgestellt, ich weiß es immer noch nicht. Das ist gar nicht so leicht, eine Age of Sigmar Armee zu wählen, aber ich habe auf jeden Fall ein paar Gedanken zu ihnen gehabt und wollte die jetzt eben an dieser Stelle einfach einmal mit euch teilen und schauen, ob da vielleicht so ein bisschen was dahinter steht. Denn die Stormcast Eternals sind vor allem aus dem Gedanken von einmal Göttlichkeit und einmal Opfergang und Märtyrertum eine ganz, ganz spannende Fraktion eigentlich. Göttlichkeit deswegen, weil die Stormcast Eternals meiner Ansicht nach der ultimative Beweis der Machtlosigkeit Sigmas sind. Sigmar als Gott hat ja im Age of Sigmar erst einmal die Ewigkeit durchquert und fand nur mit der Hilfe des Sternendrachen überhaupt die Welten und die Reiche, die da eben existiert haben. Er war eng an die Welt, die gewesen ist, gebunden und eben an, ja, Warhammer Fantasy, wenn man so möchte. Und als er diese Reiche gefunden hat und das Chaos angegriffen hat, war er erst mal maximal hilflos und musste sich quasi in sein eigenes Reich Asyr einschließen, in der verzweifelten Hoffnung quasi den nächsten Sturm, den nächsten Ansturm überhaupt überleben zu können. Und da war eine gewisse Hilflosigkeit in diesem Handeln, die auch dazu geführt hat, dass Sigmar keine andere Wahl hatte, als zuzugucken, wie eben die, ja, eigentlich die Personen, die da gekämpft haben und die versucht haben, sich dem Chaos entgegenzustellen, die einfachen Sterblichen der Reiche von Age of Sigmar ausgelöscht worden sind und teilweise auch völlig hilflos versucht haben, halt da sozusagen ihre Stellung zu halten, was einfach nicht denkbar und nicht möglich war. Dafür war einfach die Macht des Chaos wieder, schon wieder zu groß und eben unbrechbar. Und diese Idee, dass Sigmar hingeht und sagt, okay, das große Problem, das ich habe, ist, dass Sterbliche nicht gut genug sind. Und es liegt nicht an ihren Seelen, es liegt an ihren Körpern, es liegt an der Idee, dass das, was sie sind, vom Chaos korrumpierbar ist. Also muss ich quasi das Fleisch, das sozusagen schwach ist, vom Geist, der willig ist, trennen und muss aus diesen Seelen etwas erschaffen, was tatsächlich diesen Kampf kämpfen kann. Das ist ein Gedanke ultimativer Hilflosigkeit, denn das bedeutet zwei Dinge. Das eine, was es bedeutet, ist, selbst wenn die Leute an Sigmar glauben, hatten wir letztlich auch in Warhammer Fantasy, selbst wenn die Leute an Sigmar glauben, ist doch ein Sieg nicht erringbar. Also im Glauben an ihn kann ich vielleicht spirituelle Erlösung finden, aber faktische, echte Unterstützung im Kampf kann Sigmar denjenigen, die sozusagen einen profanen Körper haben, letztlich nicht in einem Maße bieten, dass sie das Chaos bezwingen können. Oder vielleicht doch, es gibt ja auch die Cities of Sigmar, also es ist durchaus möglich, dass normale Sterbliche das Chaos bezwingen, aber Sigmar selbst hat kein Zutrauen in diese Situation mehr, nach dem, was mit der Welt, die gewesen ist, passiert. Und das ist sozusagen diese Hilflosigkeit und diese Idee, dass man sich eben nicht wehren kann, dass das Chaos zu mächtig ist. Die beginnt nicht bei den Sterblichen, natürlich zweifeln Sterbliche. Die Idee, dass das nicht machbar ist, beginnt bei Sigmar selbst. Der Gott selbst zweifelt und er zweifelt per se erstmal nicht an den Sterblichen, sondern an sich selbst und an der Religion, die er seinen Kindern vermittelt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Idee für mich persönlich, weil das etwas ist, was die anderen Götter des Age of Sigmar Universums nicht tun. Thürion und Teklis kommen überhaupt nicht darauf, letztlich hier irgendwie, keine Ahnung, unsterbliche Wesen zu erschaffen oder sonst irgendwas, sondern sie schaffen Wesen nach ihrem eigenen Antlitz und lassen die halt mal handeln und haben sozusagen vor allem erstmal Vertrauen in sich selbst und dann Vertrauen in alle anderen. Und Sigmar erschafft zwar auch Wesen in seinem eigenen Antlitz, aber letztlich nimmt er sozusagen ganz, ganz viele Aspekte des Sterblichen Seins da einfach raus. Für alle von euch, die nicht wissen, wie ein Stormcast Eternal entsteht, Sigmar schaut quasi während der Zeit, als das Chaos sozusagen über diese Welt hinweg bricht und alles super schlimm ist, drauf und tut sich mit dem Zwergengott Grungni zusammen und versucht quasi etwas zu erschaffen, was er den Amboss der Apotheose nennt. Und wie es funktioniert ist, Sigmar schaut quasi auf die anderen Reiche, sieht, da fallen sterbliche Seelen, in der Regel Menschen, im Kampf gegen das Chaos und die größten Helden, die er da findet, die snatcht er sich da sozusagen quasi weg, übergibt sie diesen schrecklichen Prozess, in dem ein Stormcast Eternal geformt wird, in dem er erst einmal auf quasi die pure Essenz seiner Seele reduziert wird, dann wahnsinnigen Tests ausgesetzt wird, sieben an der Zahl, die das noch einmal alles in irgendeiner Art und Weise quasi überprüfen sollen, ob diese Seele, die er da wirklich ausgesucht hat, auch wirklich eine ist, die frei von Makel ist und würdig in einen Stormcast Eternal, einen sturmgeschmiedeten ewigen, wie es jetzt heißt, umgeschmiedet zu werden. Und dann, ab diesem Moment, beginnt auf dem Amboss der Apotheose die Neuschmiedung, wo letztlich ein Körper aus Blitzen, aus Donner und Sturm gefertigt wird, wo dieser sturmgeschmiedete ewige neue Rüstungen und Waffen bekommt und dann in Sigmas Dienst gestellt wird. Und was eben herauskommt, ist gerade nicht mehr sterblich im eigentlichen Sinne. Es kann zwar sterben, der Körper kann, obwohl er aus Blitz und Donner besteht, getötet werden, aber das Thema des Sterbens an sich ist mehr oder weniger ein Sterben auf Raten. Denn selbst wenn ein Stormcast Eternal im Kampf fällt, dann ist er erst einmal nicht tot im eigentlichen Sinne, sondern er kehrt nach Asyr zurück und wird auf dem Amboss der Apotheose neu erschaffen. Dieser Prozess klaut ihm zwar Teile seiner Seele und macht ihn Schritt für Schritt noch einmal unmenschlicher, weil er quasi durch den ganzen Mist nochmal durch muss, aber er kann weiterhin in Sigmas Dienst kämpfen, wenn er auch zugegebenermaßen einfach immer komischer wird. Und diese ganze Idee, das was da dahinter steht, das finde ich einen wahnsinnig spannenden Punkt, weil letztlich sollte Sigmar den Seelen der Sterblichen ja Trost spenden. Er ist der Heldengott. Damit aber eine heldenhafte Tat begangen werden kann, muss ein Opfer im Raum stehen, das auf einer gewissen Freiwilligkeit basiert. Und Sigmar nimmt letztlich, eigentlich analog zu den Space Marines, und dem Imperator in Warhammer 40k, den Stormcast Eternals eine Form von Freiwilligkeit, indem er zum einen dieses Heldentum in einen Test verwandelt. Hast du als Sterblicher heldenhaft gekämpft, alles klar, dann stehe ich dir da jetzt nicht in deinem Moment der Schwäche bei oder sonst irgendwas, sondern ich lasse, keine Ahnung, zu, nehmen wir mal Nave Blacktelon, ich lasse im Moment deines schlimmsten Heldentums quasi, deines Sterbens zu, dass du da stirbst und an Krankheiten elendiglich verreckst. Aber ich nehme deine Seele, danke übrigens dafür, lieber Sterblicher, und erschaffe und schmiede sie zu etwas Größerem und Besserem. Und alleine diese Idee, dass das Heldentum an sich nicht gut genug ist, sondern nur der erste Schritt des Tests. Und dann wird sich Sigmar auch darin wieder untreu, weil was macht er? Er sagt, ich bin zwar der Gott der Helden und der Menschen, aber dieser eine heldenhafte Moment, der mich überhaupt auf den Sterblichen aufmerksam gemacht hat, der reicht mir noch nicht. Nee, das, was ein Stormcast Eternals sein soll, das muss nochmal durch sieben Prüfungen durch, damit ich auch wirklich, wirklich der Meinung bin, dass diese Person gut genug ist, um für mich zu kämpfen. Und auf einer, nennen wir es mal praktischen Ebene, ist das absolut sinnvoll und nachvollziehbar. Das Chaos überrennt die Reiche. Sigmar braucht eine unkorrumpierbare Armee aus Halbgöttern, um das wieder zurückerobern zu können. Die Situation ist so düster, dass es nachvollziehbar ist, was er da tut. Aber er wird sich selbst und seinem eigenen Weg und der Religion, die eigentlich quasi das Herzstück seines Seins ist und dieser Anbetung und diesem Vorbild, dass er den Menschen sein will, einfach massiv untreu, indem er letztlich eigentlich diese Botschaft in die Sterne sendet, ihr seid nicht gut genug. Und ich muss sehr, sehr sicher gehen, dass jeder von euch toll genug ist. Und natürlich begleitet Sigmar da das Trauma dieser Niederlage. Er hat in der Welt, die war, versucht, genau das zu tun. Er hat versucht, Vertrauen in die Menschen zu haben, hat gesagt, ey, der Karl Franz und alle Wesen, die ich gesendet habe und die Menschen sind gut genug, die können das, die werden das schaffen. Und hat letztlich dann dabei zusehen müssen, wie es eben nicht geklappt hat. Das ist nachvollziehbar. Aber die Idee, die Stormcast Eternals zu schaffen, hat auch auf der Ebene des Opfers nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Denn normalerweise ist ja quasi der klassische Deal, den man sozusagen im Fantasy-Bereich mit einem Gott eingeht, der folgende. Ich führe mein Leben nach deinen Regeln. Und wenn ich mein Leben nach deinen Regeln gelebt habe, dann holst du mich quasi ins Himmelreich, in irgendeiner Form, in irgendeine Idee eines Paradieses und dort kann meine Seele dann endlich ruhen. Wenn ich unkorrumpierbar im Angesicht des Chaos war, sterbe ich vielleicht. Aber danach wartet das Paradies auf mich, denn ich war quasi ein guter Gläubiger. Das ist hier nicht mehr, was passiert. Es ist eigentlich so düster, wenn man sich das mal überlegt. Jemand kämpft im Namen Sigmas als einfacher Sterblicher, steht seinen Mann oder seine Frau gegen das Chaos und sagt, nein, ihr korrumpiert mich nicht, ich halte das jetzt aus hier. Und dann wird der von so einem Blitz getroffen und denkt sich so, okay, Geilo, ich bin heldenhaft gestorben, habe mein Martyrium erbracht, jetzt geht es nach Hause zu Sigmar. Jetzt kann ich ewig an seiner Tafel sitzen und trinken. Und das passiert auch erst mal kurz, dass man so in so einem Festgelageding ist und dann stellt man fest, ui, das eigentlich jetzt wird was anderes aus mir gemacht. Also ich habe sozusagen meine Treue bewiesen, jetzt käme eigentlich meine Belohnung und dann kommt irgendjemand und sagt so, nee, du hast das ein bisschen falsch verstanden, auf dich wartet jetzt ein ganzes Leben voller Kampf. Aber alles, was wir verstanden haben, ist, dein sterblicher Körper war nicht gut genug. Das Heldentum, das du erbracht hast, war nicht gut genug. Jetzt musst du nochmal sieben Prüfungen ablegen. Dann zerschmettern wir das, was von deiner Seele übrig war. Und übrigens, der Körper, den du dann kriegst, besteht aus Blitz und Sturm. Und ja, dann geht es eigentlich wieder direkt in die Schlacht. Und übrigens, stirb mal besser nicht. Also wir schicken dich an die verzweifelsten Schlachten, die es gibt. Weil wenn du stirbst, passiert es übrigens wieder. Und jedes Mal, wenn das passiert, verlierst du ein Stück mehr von deiner Seele und deiner Menschlichkeit. Also die Idee, dass man als Stormcast Eternal in irgendeiner Art und Weise erhoben oder belohnt wird, ist ganz, ganz ähnlich wie bei Warhammer 40k mit den Space Marines eigentlich überhaupt nicht gegeben. Es ist nur nochmal eine ganze Runde düsterer. Also das hätte ich nicht gedacht. Also gerade als ich so auf Age of Sigma geguckt habe, habe ich aufgrund der bunten Farben und der, ja, sag jetzt mal, des Augenzwinkerns, das da teilweise auch dabei ist, nicht erwartet, so eine schreckliche und düstere Situation dahinter zu finden. Aber ich stand da echt davor und habe mir gedacht, hui, da haben sie jetzt aber nochmal wirklich für diejenigen, die genau hinschauen, echt die Düsternis auf 120 Prozent gedreht. Und genau das hat mich aber auch instant eigentlich begeistert. Denn da steckt quasi eine Idee drin, die sozusagen eigentlich mir persönlich ganz gut gefällt, nämlich die eines unfreiwilligen Martyriums. Man hat Personen, die letztlich gar nicht wissen, man meldet sich nicht freiwillig in Stormcast Eternal zu werden oder sonst irgendwas. Es tut mir leid, dass ich es immer wieder mit 40k vergleiche, aber das ist eben das, woher ich komme. Die Aspiranten, die zu Space Marines werden wollen, zugegebenermaßen sind das in der Regel so elf- bis zwölfjährige Kinder, aber die wissen, worauf sie sich einlassen. Klar ist das verklärt und mit Propaganda hinterlegt und sonst irgendwas. Aber die melden sich freiwillig. Als Mensch, der von Sigma ausgewählt wird, ein Stormcast Eternal zu sein, hast du dich nicht freiwillig gemeldet. Das ist etwas, was dir einfach passiert. Und dort, wo es dir passiert, stehst du dann halt mit großen Augen davor und sagst, ich kann hier gar nichts machen. Und vor allem, wenn du diese Tests schlecht erledigst oder dich verweigerst oder sonst irgendwas und sagst, nee, ich will das nicht, dann kriegst du nicht etwa das Paradies oder das Sigma sagt, nö, dann never mind, passt schon, sondern letztlich wird deine Seele dann in diesen Prüfungen zerfetzt und so über Assyr verteilt und du hörst literally auf, zu existieren und zu sein. Und das ist das, was auf jeden Stormcast Eternal ever wartet, weil entweder verweigert er sich quasi den Prüfungen und hört direkt auf zu sein oder er stirbt halt so oft im Kampf, dass er irgendwann Stück für Stück aufhört zu sein. Aber gerade die Seelen, die Sigma eben benutzt, um die Menschen zu schützen, sind letztlich die, die niemals die göttliche Belohnung erhalten werden. Und dass sie trotzdem dieser Situation nicht auskommen und dann in einer Religion und einem Opferkult, der sozusagen ja fast schon etwas Sektenartiges hat, sich immer wieder in diese Kämpfe stürzen und trotz allem bereit sind, diese ganzen Opfer zu leisten und auch sich in diesen Kammern sozusagen zu, also den Kammern und Stormhosts zu Leidensgenossen zusammenfinden, das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem, weil natürlich mit jedem Mal sterben, auch das Bewusstsein dessen, was sie eigentlich verlieren, immer weniger wird. Dadurch, wenn ihnen Teile ihrer Seele abhanden kommen und sozusagen sie das so hinter sich lassen, dann wird natürlich auch dieses Bewusstsein für, wer war ich einst, was war ich einst und was sind meine Erinnerungen, woran halte ich mich hier eigentlich fest, es verschwindet mehr und mehr. Und ich finde es tatsächlich ganz spannend, dass noch keine Stormcast Eternals gegen Sigma im größeren Stile rebelliert haben oder gesagt haben, da sind wir nicht dabei. Weil, wenn schon die Chaos Space Marines einen Grund hatten, sowas zu machen, ich finde viel mehr noch, haben die Stormcasts da einen Grund, ja einfach zu sagen, ey, ich habe weder ja gesagt, noch finde ich gut, was du hier machst. Und übrigens, ich habe keinen Bock, für andere Leute dieses finale Opfer zu bringen, die dann vielleicht in Frieden und in einer Welt, die frei von Causes leben können, während ich hier zu Sternenstaub zermahlen werde und am Ende nicht mehr erinnert werden werde, weil kein Mensch mehr weiß, wer ich war, weil ich selber noch nicht mal mehr weiß und meine Identität sozusagen einfach ausgelöscht wird und ich zu einem Avatar dessen werde, wie du glaubst, lieber Sigma, dass Sterbliche sein sollten. Und das ist natürlich eine Situation, die eigentlich einen Widerspruch und einen Widerstand auslösen sollte. Und dass das da noch nicht passiert ist, liegt natürlich einmal an der religiösen Indoktrination, aber auch daran, dass eben ein Teil von Sigmas Göttlichkeit zu einem Teil ihrer selbst wird und dieser Zweifel sich sozusagen so ein bisschen auflöst. Und das ist auch ganz spannend. Ein Teil von Sigmas göttlicher Essenz ruht in ihnen. Sie werden zu einer Verlängerung von Sigmas Arm und Sigmas Willen. Und dass er sozusagen Stormcast Eternals nicht mit sich selbst beseelen kann, sondern dass er dafür sterbliche Seelen braucht, an die er sozusagen seinen Funken, seinen Splittergöttlichkeit andocken kann. Das ist ja nochmal eine Form von Hilflosigkeit. Wenn wir da in Richtung Tyrion und Teklis schauen oder auch generell in Richtung der Elfgötter, dann haben die das nicht gebraucht. Die haben zwar aus den Seelen, die von Slanesh gefressen worden sind, Wesen ihres eigenen Seins geschafft sozusagen und haben die auch entsprechend ihres Bildes geformt oder im Fall der Idonet auch da so ein bisschen verkackt. Aber was die nicht gemacht haben, war Teile ihres Selbst in diese Wesen zu schmieden, damit die machen, was sie sollen. Diese Idee dieses krassen Misstrauens ist da ja wieder drin. Du bist heldenhaft gestorben, du hast sieben Trials, sieben Prüfungen durchgemacht und jetzt baue ich auch noch einen Teil meines eigenen göttlichen Seins in dich ein, nur damit du hier nicht den Aufstand probst und immer schön auf Linie bleibst. Das ist eigentlich so grausam, wie es nur irgendwie Menschen möglich ist oder eben Götter möglich im Falle Sigmas. Und natürlich spricht es auch von dem tiefen Misstrauen der Menschen. Und ich finde, das ist eine der Sachen, die mich bei Age of Sigmar wahnsinnig faszinieren. Die Götter, die da existieren und handeln, sind derartig von ihren Traumata, von ihren schlechten Eigenschaften geleitet, von ihrer Unfähigkeit loszulassen und Vertrauen in die Sterblichen zu haben, zumindest ganz, ganz oft. Und vor allem auch von einer Grausamkeit, die eben aus diesem Krieg aus der Welt, die da war, geboren ist, dass man schon fast eigentlich gar nicht mehr von Göttlichkeit sprechen kann. Und ein Gedanke, der mir gekommen ist, den ich aber dann vielleicht mal ausführen würde, wenn ihr sagt, hey, cool, dass du über Age of Sigmar geredet hast, ist, ich glaube, um ehrlich zu sein, das Chaos hat gewonnen. Und gewonnen hat das Chaos dahingehend, dass sie gefühlt, und das ist jetzt nur ein Gedanke, ich weiß es nicht, vielleicht schreibt ihr mir auch mal dazu, ob ich da irgendwie auf dem Holzweg bin. Gefühlt haben sie Sigmar korrumpiert. Gefühlt hat Sigmar selbst das Vertrauen in seine eigene Göttlichkeit verloren und glaubt viel mehr an das Chaos und die Macht des Chaos als an sich selbst. Und das finde ich einen spannenden Gedanken. Genau, das waren so meine Gedanken zu Age of Sigmar, den Stormcast Eternals und Sigmar als Gott. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.